So, dritte Runde, also dritte Folge der Session Und ich muss wieder zum Boss rennen. Gerade eben den Sturm per Zufall geschafft. Ist ganz gut. Ohne zu sterben sogar Bin gespannt ob ich warten muss oder ob der jetzt gerade im vollen Gang ist Ok. Sehr gut Ja 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 Das lief geil als ich dachte und vor allem schnell. So gefällt es mir. Champion der Champions. So und beziehungsweise alle Weltbosse. Jetzt fehlen prinzipiell nur noch ein paar Stürme. Also ein Sturm hier oben. Das ist dann der siebte. Ich weiß ja von einem achten. Mehr weiß ich nicht. Mehr Stürme sind mir nicht bekannt. Wir können erstmal das Buch hier in der Nähe suchen. Dazu muss ich wieder auf die andere Seite. Ich weiß in der letzten Folge habe ich erzählt, dass Greymoor vermeintlich kürzer ist als Sommersend und Hildzweier. Und zwar um ein, ja doch um, in meinem Maßstab 20 Folgen kürzer. 20, 30 vielleicht sogar. Ist schwer zu sagen. Also es kam mir kurz vor. Vor allem die Storyline, die war sehr kurz. Ich habe sie, komm, ne ich glaube es laufe ich falsch. Ich habe sie komplett durchgezogen. Wir müssen nochmal zurück. Aber war es das Buch? Ne, hier ist eine Schatzkarte. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Ne, 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 hier ist nichts. Ich kann aber doch einfach mal was anderes machen. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit zu gucken, wo liegen die Dinger dann eigentlich. Ich glaube, das Buch ist unten, ne. Ist gar nicht existent. Hm. Okay. Suchen wir also nach den Himmelsschirmen. Uns fehlen zwei. Und ich muss darauf achten, wenn Nordwatch an ist, dann ist Nordwatch an. Hier ist auch so die Zeit, wo die Leute online kommen. Wenn ich jetzt hier unterwegs bin, dann kann man ja gleich gucken, ne. Also ich will mit dem Fazit noch ein bisschen warten. Ich habe es ja schon noch genug erwähnt. So, jetzt gehen wir da lang. Äh. Oh, ich habe so einen trockenen Mund. Alter, der Lenz vielleicht mal übel. Irgendwo da hinten ist er. Und der ist gut versteckt, also ich glaube, da wo der liegt, da rennt ja kaum einer vorbei. Der ist noch alles weiß, also man sieht es nicht. Huch. Steht da noch. Ne, den hätte ich auch so nicht gefunden. Es sei denn, ich wäre von Labyrinthion gekommen. Von der anderen Seite, dann hätte ich das vielleicht blitzen sehen. Aber ich bin noch nie von Labyrinthion in die andere Richtung gegangen. In dem Spiel. Das ist ein Borstenrücken. Äh, hier passiert besser auf. Kart ist ab. Also Kart, Wacht, Sturm ist gezündet worden. Das ist schlecht. Das müssen die, die den nämlich besiegen. Weil es könnte nur eingeben. Eine sehr merkwürdige Regel eigentlich. Sorgt nur dafür, dass das Spiel länger geht. Für die, die das hier zum Einschlafen schauen, ist das bestimmt gut. Aber für mich, das Spiel, das ist schlecht. Rohdreck. Ja, nach Rohdreck, da wollen wir eigentlich. Ich glaube, wir müssen nach Einsamkeit für den Himmelsscherb. Das heißt, äh... Ich habe ja Badenmusik noch nie einen männlichen Baden gehabt eigentlich. Ich könnte jetzt Solidarität zeigen und mich dort anschließen dem Kampf gegen den Weltboss. Aber... Dann hätten wir jetzt noch mehr... Wo ich nicht weiterkomme. Also sprich, kein Fortschritt. Eishacken in den Straßen von Einsamkeit? Wie weit ist unser Jaltum nur gefallen? Seid still. Prinzessin Svaner und ihre Verbündeten haben uns gerettet. Eine davon war eine... Die Stürme brauchen auch so ewig, bis sie beendet sind. Äh, wo soll ich eigentlich hin für die Himmelsscherbe? Ich gehe mal davon aus, ich muss hier rein. War hier nicht irgendwie ein Weg oder so? Hm. Na, mal gucken. Hier geht's nach unten. Hier ist nix. Der Weg ist in frei. Also die Himmelsscherbe ist mal schwer zu finden. Also fast gar nicht zu finden. Oh Gott, hier sind ja nur Schweine. Ich würde gerade sagen... Wo wurde da denn ermordet? Nee, hier ist nix. Da, 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 da. Chillbane. Das heißt, wenn einer ausfällt, ist direkt der nächste an. Chillbane, das ist links unten. Da waren wir eigentlich gerade. Das ist exakt der gleiche Sturm. Der ist gerade wieder an. Was wollt ihr? Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, wenn ein Anke... Bei Eso, ne? Dieses klassische Anke, ne? Hier kennst du vielleicht noch. Hier zum Beispiel Auridon. Ja, schlechtes Beispiel. Ähm. Ah, von Dodge. Hier nehmen wir mal... Den. Den Dolmen von Dunseth. Angenommen, der... Geht down. Dann geht ein anderer down... Äh, an. Und dann geht der schon wieder an. Das macht keinen Sinn. Ja, es macht schon Sinn in dem Fall tatsächlich. Schlechtes Beispiel. Sehr schlecht sogar. Egal. Ich versuche es mal von der anderen Seite. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite dahin. noch in der anderen Seite. Also wenn ich weiß, dass der andere da oben, der letzte, den ich auf dem Schirm habe, an ist, dann ist das gut. Ich bin gerade übrigens auch bestätigt worden in meiner Vermutung, dass die Nusch-Stürme auf einem Gebiet gleichzeitig an sein können, also einer. Das heißt, Graumor wird gar nicht beeinflusst, was gut ist, denke ich. Warum sind die Mammut eigentlich Feinde? Sollten sie eigentlich nie sein. So, hier war ich auch noch nie auf der Unterseite von dem Gebiet hier. Wenn ich ganz viel Pech habe, ist es da oben. Dann müsste ich aber eigentlich von unten da reinkommen. Ich habe einen T-Rex gehört gerade. Ganz gruselig. Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ah gut, das ist unten Session. Immer noch Chillbane, oder schon wieder Chillbane, oder schon zum dritten Mal hintereinander an. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Ach so, eine mit Scherbe weniger. Ich glaube, der letzte fehlt in der Nähe der Außenmord von Castel Graumor. Das heißt, hier unten, da ist er. Gut, dass ich den nicht gesehen habe. So, uns fehlen da wirklich noch eine Handvoll Stürme. Ist hier irgendwie ein Sturm, den ich vergessen habe. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, das zu sortieren? Gut, da ist ein Sturm, den haben wir ganz rechts. Den haben wir auch, den haben wir auch. Wie die immer fragen, ist irgendein Sturm auf? Ist irgendein Sturm da auf? Und die sagen immer Chillbane, 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 Chillbane. Das ist so wie ein schreiendes Kind, was die ganze Zeit sagt. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Gut, da ist einer. Dann ist halt die gigantische Küste und ist da oben. Den haben wir auch gefunden. Den haben wir auch. Gut, mir fehlt echt ein Sturm. Im Graumor wird gar kein angezeigt. So, als würden die Stürme nie existieren. Sind einfach nicht da. Ich frage mich echt, wo die anderen vier sind. Nordwachtritualstätte. Gut, den haben wir. Düsterwaldritualstätte. Dwemerfluchen Bergmannsweh. Das klingt fast so, als wäre hier noch einer. Warte mal. Hier könnte noch einer sein. Da ist so eine Leerzone und da ist überhaupt nichts auf der Karte markiert. Ich glaube, da ist ein Sturm. Mal gucken. Gehen wir mal suchen. Ich habe das Gefühl, da ist einer dieser Stürme. Das ist so ein Kreis. Das würde passen. Bergmannsweh würde auch super passen dazu. Vom Namen her. Mountain. Hailstone. Das ist Heugelstein. Oh. Oh, Zombies. Ich bin nur auf der Durchreise. Geh mir auf den Weg. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich ein Sturm ist da hinten. Oder... Oder ist verschwendete Zeit wahr? Auf jeden Fall tut das Spiel so, als würde es mich nicht hier hinlassen. Äh, hier ist einfach mal gar nichts. Scheiß. Gut. Dann nicht. Ich brauche echt eine andere Karte. Auf jeden Fall muss ich erstmal wieder zum Teleporter. Also die Stürme sind anscheinend sehr begehrt. Also es wird oft danach gefragt, nach den Stürmen. Gut. Ich würde auch sagen, ich cutte die Folge gleich mal. Würde aber trotzdem mal weiterlaufen lassen, die Aufnahme. um mit euch zu philosophieren, wo der nächste Sturm sein könnte. So. Zu vermuten, wo die sein könnten. Äh, ich weiß, dass unten noch einer ist. Ah ja. Ganz schwierig zu laufen hier. Gut. Äh. Ne, noch ein Stück weiter. So. So. Dann sortiere ich mal die Folgen. Oh, jetzt ist Skreck ab. Also Skreck. Das ist aber ein Boss. Also ein, äh. Zirk of Champion ist glaube ich damit gemeint. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Gut. Gut.